Hi Leute, Wolfgang hier mit einem neuen Turbo 3 Video. Ich denke, jeder von euch, der Kundenprojekte mit Turbo 3 betreut, kennt das folgende Problem, beziehungsweise hat vielleicht schon mal davon gehört, und zwar, die Kunden wollen keine Updates oder Upgrades ihrer Turbo 3 Installation bezahlen, wollen das nicht durchführen lassen. Man hört dann manchmal so Gründe wie, ja, das funktioniert doch schon, das funktioniert doch schon seit drei Jahren, seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, warum soll man da was ändern, never touch a running system und solche Sprüche. Ich denke, die meisten haben es entweder schon am eigenen Leib erlebt oder zumindest von Kollegen davon gehört. Und deshalb möchte ich euch jetzt in diesem Video mal sieben Gründe nennen, warum ein Turbo 3 Upgrade, Update sinnvoll ist, beziehungsweise eigentlich fast Pflicht ist. Grund 1, Fehlerbehebungen und Sicherheitslücken. Ja, jedes Update oder viele Updates schließen Sicherheitslücken oder beheben Fehler. Das heißt, das System wird ja mit jedem Update kontinuierlich verbessert. Das sind auch die sogenannten Minor-Updates, wo man im großen Versionszweig bleibt, aber es kommen immer wieder diese kleinen Updates. Meistens werden eben Fehler behoben und ab und zu alle paar Wochen, paar Monate werden eben auch Sicherheitslücken geschlossen. Das sind teilweise leichte Sicherheitslücken, die jetzt nicht so schlimm sind, aber manchmal sind es halt auch wirklich relevante Sicherheitslücken, die den Betrieb einer Website gefährden können, wenn man sie nicht behebt. Und vor allem werden eben Kundendaten im System sind ganz schwieriges Problem. Da kommen wir aber nachher noch dazu, beim letzten Grund. Bei Upgrades ist es natürlich auch so, wenn ihr jetzt einen Major-Upgrade macht, zum Beispiel von Turbo 3 9 auf 10, dann von 10 auf 11 und so weiter, auch da werden natürlich Fehler behoben, neben ganz vielen anderen Punkten. Und da kommen wir jetzt auch schon zu Punkt 2, eine bessere Performance. Gerade bei Upgrades ist es meistens so, dass sich die Performance von Turbo 3 verbessert. Es gab früher vor ein paar Jahren da mal ein paar Probleme, muss ich zugeben, der Wechsel von Version 4 auf Version 6. Da war die Version 6 tatsächlich langsamer als die Version 4, aber inzwischen ist es nicht so oder nicht mehr so. Jede neue Turbo 3 Version, 8, 9, 10, 11, die wurden eigentlich immer schneller, auch im Backend von der Bedienung her. Also die Performance ist ein wichtiger Faktor. Wenn eben die Leute, deine Kunden viel im Backend auch arbeiten, dann werden sie das deutlich spüren, dass die neuen Versionen tatsächlich schneller sind. Punkt 3, SEO, Suchmaschinenoptimierung. Seit einigen Versionen hat Turbo 3 ja eine System-Extension namens SEO, die also sehr viele Funktionen schon nachrüstet, die man davor mit Fremdextensions installieren musste. Das fängt zum Beispiel damit an, dass man den Titel der Seite besser beeinflussen kann, dass man steuern kann, soll die Seite indexiert werden, sollen die Robots den Links folgen und so weiter. Dann kann ich auch, das gehört auch in diesem Bereich, zum Beispiel für Facebook und Twitter, Grafiken hinterlegen, eigene Beschreibung. Und so ist jetzt zwar nicht direkt SEO, aber spielt da so ein bisschen mit rein. Also da bietet Turbo 3 inzwischen sehr viel, was mit alten Turbo 3 Versionen gar nicht möglich war oder eben halt nur, wenn man eine Fremdextension, eine Drittextension installiert hat. Also wenn deine Kunden Wert auf Suchmaschinenoptimierung legen und gut bei Google und Co. gefunden werden wollen, wäre das eventuell auch ein Argument. Punkt 4. Bessere Usability. Mit jedem Upgrade, also mit jedem Major Upgrade, wird auch die Usability, also die Benutzerfreundlichkeit, die Bedienbarkeit im Backend verbessert. Da tut sich jetzt gerade auch mit der kommenden Version 11 sehr viel. Da wird es einige coole Sachen geben, die Redakteure wahrscheinlich vermisst haben. Also je mehr man im Backend arbeitet, umso mehr vermisst man mit der Zeit auch manche Sachen und denkt sich, warum geht das nicht so, warum geht das nicht einfacher. Mit der neuen Version 11 werden viele Sachen viel einfacher sein. Also auch das ist, denke ich, ein guter Grund. Einfach schneller arbeiten, besser arbeiten im Backend. Mit jeder neuen Major-Version ist das eigentlich möglich. So, das waren jetzt Sachen, die sich im Laufe der Zeit eben verbessern mit jedem Update oder Upgrade. Jetzt kommen wir mal zu ein paar Sachen, die sich nicht verbessern, wenn man kein Upgrade macht. Ich sage es mal so. Punkt 5. Veraltete Software funktioniert irgendwann in aktuellen Browsern nicht mehr. Das kann also durchaus passieren, wenn man Turbo 3 nie upgradet, wenn man ewig mit der alten Version arbeitet, aber das eigene System, wenn man zum Beispiel mit Windows arbeitet, da Updates einspielt oder auf dem Mac, dass irgendwann die Webbrowser mit dieser alten Turbo 3 Version nicht mehr klarkommen. Das hatten wir schon öfter. Das war, glaube ich, bei Turbo 3.7, beziehungsweise älteren Versionen, 7 und noch älter der Fall, mit diesem Editor, diese HTML-Area. Die hat irgendwann in aktuellen Browsern oder in einigen aktuellen Browsern, Chrome war es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es noch andere waren, einfach nicht mehr funktioniert. Du konntest keine Texte mehr bearbeiten. Die Lösung war dann entweder einen anderen Browser verwenden oder halt den eLTS-Service buchen. Dieser Fehler, nenne ich es jetzt mal, der wurde dann in diesen eLTS-Versionen behoben und dann konnten die Leute wieder ganz normal den Editor nutzen. Aber das kann ja natürlich jederzeit passieren, weil die Browser entwickeln sich weiter, aber halt die alte Technik, das alte JavaScript in diesen alten Versionen halt nicht und dann irgendwann passt es halt nicht mehr. Das kann also durchaus mal der Fall sein. Punkt 6. Alte Turbo 3-Versionen werden irgendwann auf dem Web-Server vielleicht nicht mehr laufen. Das hatten wir jetzt in den letzten ein bis zwei Jahren. Da wurden veraltete PHP-Versionen bei den meisten Web-Postern abgeschaltet, weil die auch nicht mehr gepflegt werden. Ja, PHP 4, 5 und so weiter, teilweise auch schon PHP 7.0, 7.1 wird nicht mehr unterstützt bei manchen Web-Postern. Das kann also dazu führen, dass alte Turbo 3-Versionen dann überhaupt nicht mehr funktionieren. Dann geht weder das Frontend noch Backend, dann geht gar nichts mehr, weil einfach die Skriptsprache nicht mehr zur Verfügung steht. Und dann ist die Website tot im Prinzip. Da kann man gar nichts mehr machen. Es gibt noch Hoster, die bieten das natürlich an, auch längerfristig. Dann muss der Kunde aber umziehen, muss eventuell seine ganzen E-Mail-Konten auch migrieren. Ist also ein scheiß Aufwand und auch nicht gerade billig. Von daher auch ein guter Grund, denke ich, immer auf einem aktuellen Stand zu bleiben. So, und dann kommen wir schon zu Punkt 7. Wenn alle anderen Punkte bei deinem Kunden jetzt nichts gebracht haben und der es immer noch nicht einsieht, dann kommen wir jetzt zu unserem aller Lieblingsthema, und zwar der DSGVO, der Datenschutz-Grundverordnung. Die ist ja seit Mai 2018, glaube ich, in Kraft, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da gibt es einen netten Artikel, und zwar ist das, ich gucke mal gerade in meine Notizen hier, ist das Artikel 32. Da steht grob gesagt drin, dass auch Software, ich interpretiere das jetzt mal frei, ich verlinke euch unter dem Video noch ein paar Artikel, wo das genauer erklärt ist, aber Software muss auf einem aktuellen Stand der Technik gehalten werden, vor allem, wenn es eben darum geht, personenbezogene Daten zu verarbeiten, Kunden-Logins und so weiter. Aktueller Stand der Technik ist jetzt vielleicht ein bisschen schwammig, aber man kann es schon so sagen, wenn jetzt eine Software drei oder vier Jahre alt ist, dann ist die nicht mehr auf einem aktuellen Stand der Technik. Kunden denken sich vielleicht, ja, ich habe die Website doch erst seit fünf Jahren, die ist doch nicht so alt. Das mag vielleicht bei Autos zutreffen, vielleicht auch noch bei Fernsehern, aber bei Software, da sind drei oder vier oder fünf Jahre eine verdammt lange Zeit und da tut sich einen Haufen und das ist nicht mehr auf einem aktuellen Stand der Technik. Deshalb, spätestens wenn dein Kunde in irgendeiner Art und Weise personenbezogene Daten mit seiner Webseite verarbeitet, dann muss er dafür sorgen, dass es ein aktueller Stand der Technik ist und damit meine ich schon, wenn ein Kontaktformular benutzt wird, dass hier Daten übertragen werden. Sollte man dann übrigens auch per SSL verschlüsseln, nochmal ein anderes Thema. Aber schlimmstenfalls, ihr habt irgendeinen Online-Shop oder eine Mitgliederverwaltung oder irgendwas, wo sich Leute einloggen können und ihre Daten und wenn es bloß eine E-Mail-Adresse und ihr Name ist hinterlegen, dann müsst ihr darauf achten beziehungsweise euer Kunde. Und es ist jetzt tatsächlich der Fall, diesen Artikel verlinke ich euch auch, es wurde vor kurzem, jetzt muss ich mal kurz in meine Notizen hier nochmal schauen, damit ich euch nichts Falsches sage, genau, ein Unternehmen aus Niedersachsen wurde vor kurzem auf ein Bußgeld von 65.500 Euro verklagt beziehungsweise muss das zahlen, weil sie eben nicht auf einem aktuellen Stand der Technik waren. Im konkreten Fall war es eine veraltete Version des Shop-Systems XT-Commerce. Da wurden die Passwörter halt nicht sicher gespeichert. Ich weiß nicht, ob die komplett im Klartext waren oder was genau da im Detailsproblem war. Wie gesagt, ich verlinke euch den Artikel in unserem Video und die dürfen jetzt 65.500 Euro Bußgeld zahlen, weil sie sich eben nicht an die DSGVO gehalten haben. Also wenn alle anderen Argumente, die ich euch jetzt genannt habe, nicht zählen, dann zählt vielleicht das, weil es kann richtig scheißteuer werden, wenn da nicht sauber gearbeitet wird, sage ich jetzt mal. So, das waren jetzt sieben Punkte, die ihr vielleicht bei euren Kunden anbringen könnt, wenn es mal wieder um das leidige Thema geht, sollen wir updaten oder upgraden oder nicht, das ist doch so teuer und das funktioniert doch alles. Ja, wenn man es nicht macht, kann es noch viel teurer werden. Das wisst ihr jetzt und ich hoffe, das Video bringt euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, schreibt auch gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen damit sind. Habt ihr Traumkunden, die sagen, ja, hau alle Updates rein, ich zahle das alles, ist kein Problem oder habt ihr eher so die Kunden, die auf jeden Cent achten und so never touch a running system sagen, interessiert mich mal, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Macht's gut, bis dann.